Was ist mit den anderen Masken, mit diesen einfachen Mund-Nasen-Schutz? Mit den anderen Masken muss man sagen, gibt es... Ist das etwas, was du überzeugt? Nein, ich bin davon nicht überzeugt, weil es auch keine wissenschaftliche Evidenz darüber gibt, dass die tatsächlich hilfreich sind, weder schon gar nicht im Selbstschutz und wahrscheinlich auch nur ganz wenig im Schutz andere anzustecken. Und das ist ein gewisser mechanischer Schutz, der da besteht. Aber die Viren sozusagen werden dadurch nicht aufgehalten. Am Abend stellte er klar, dass Alltagsmasken einen selbst und andere vor Corona schützen können. Vorgestern hatte er in der ZDF-Sendung Markus Lanz noch das Gegenteil gesagt. Dies habe zu erheblichen Irritationen geführt, das bedauere er und empfehle ausdrücklich das Tragen von Masken, sagt Reinhard heute. Seine Äußerungen hatten ihm heftige Kritik auch von Ärzteverbänden eingebracht.